Hallo, ich mache weiter mit Shadow Warriors in der Fall. Ich bin gleich mit in der Action gestartet. Letztes Mal. Vielleicht lassen wir da gar keine Verschnaufehausen. Hier auch noch. Müsst ihr Schnee Rot? Sollst du ihn nicht essen? Das ist ein guter Tipp für das Leben. Ich sehe dich. Ich sehe dich, Bubi. Ich sehe dich. Komm mit. Ich wollte es doch. Ich bleibe weiter. Jetzt habe ich drüber gebraucht. Schöner Kopf. Gut. Komm mit. Begleitagentur Shadow. Komm mit. Komm mit. Ich nehme dich drüber. Oder mitten. Aber das geht hier. Ich nehme dich. Ich glaube, das sieht aus wie Dieter Bolen. Oder ist das? Njam, njam. Den haben wir noch. Du darfst übersehen. Okidoki. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Eiszapfe abschiessen. Die gehen nicht schade. Das bringt mir alles nichts. Auf jetzt. Hallo? Jetzt habe ich langsam das Buss bei meinem Bombe gebrochen. Aber der ist relativ neu. Ich habe mich nicht lange. Und da hat wirklich nichts passiert. Das wäre schon der dritte Playstation 4 Controller. Das wäre schon der dritte Playstation 4 Controller. Die bringen wir sie auch nicht werden. Bei Xbox kannst du sie brauchen bis sie völlig auseinander fallen. Bei der Xbox 360. Aber die hier gehen der Hunde schnell kaputt. Ich habe mir das Gefühl, es liegt an meinem Controller. Das muss ich noch neu holen. Schon wieder. Es ladet. Die Action geht weiter. Jetzt wieder. Jetzt wieder hier. Oder zuerst hier. Gut, da bin ich ja letztes Mal. Jetzt das Gefühl, da ist ja wieder. Nicht, da geht es weiter. Gelbe Türe. Dann muss ich zuerst hinschauen. Oh, ein Hase. Und auch mal wieder Killerhase. Hey Hase. Da habe ich nochmal. Oh, das ist gewiss. Was ist der Scheissort? Komm mit, komm. Metalhase. Metalhase. Ah Frosch. Ja. Ich habe mich stark verschlägt. Ja. Das war's. Schalig Oren. Auch wenn man Stifel gefroren ist. Den letzten Budan kann ja auch drüber abschlafen. Da freut er sich, der Budan. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie lange das Spiel noch dauert. Ui, hier unten sind wir ganz unten. Hier waren wir. Das Spiel zieht sich einfach an. Ich denke, ich müsse es schon langsam mal durch. Das ist ja farmiert, aber noch nicht betoniert. Oder die Armierung noch nicht ausgeschnitten. Das kann ich nachladen. Nein. Nein. Oike. Null. Ich brauche drei. Warum kann ich die Pistolen-Munition nicht nehmen? Jetzt auf einmal gezeigt, dass er davon Null angezeigt. Ich muss sie nachher laden. Die ist. Und grossen Kampfe wird das, was versorgt. Ich weiss darauf, dass etwas passiert. Es sieht aber alles so ähnlich aus. Jetzt kommt die hier hoch. Ich frage, ob ich das schon saubt. Ich weiss. Ich weiss. Das ist doch schön. Ich zei, was ich auf den Weg. Also? Ich bin der Weg. OEEEBEN. Ich bin der Weg. Schauen wir von hinten. Das ist doch am liebsten von hinten. Wir können nicht mehr von dem hin. Und hier noch eine. Schauen wir uns mal. Schauen wir das Ding. Hä? Schiss dich darauf nicht? Oja, haben wir noch. Ich bin hier nicht gerade Ich bin hier nicht gerade Minder Schöne zu Ja, da kannst du mich mal mit dir bewertigen Okay Hier oben wahrscheinlich Endlich der Jetzt ist mein Hund wieder am Magen Das ist wahrscheinlich immer noch nicht die letzte Folge Das zieht sich ein wenig Die Lampe kommt ja wieder Die LGS ist ja oben ausgegangen und dann wieder eingeschaltet Ja, die kommen dann wieder Das ist schon so eine Okay Heimer Wie eine fucking Flamme wäre Verbrauche ich eigentlich nicht Da kann man schon mal nicht mehr zurück Falls du eine Munition holen willst Medipacks sind in der Menge, also geht es zur Sache Nein, ausgerechnet so eine Wow Geh weg, 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 weg Was mache ich jetzt? Zwei auf diesem engen Raum Ja, aber jetzt der echte Ich probiere mal das Herz aus Sprechen Ich bin nicht Ich bin nicht Nein, das geht ja Zwei Zwei O Jetzt kommt natürlich der andere, der hineinheizt, oder? Fuck, ich habe keine Orientierung mehr. Die bashen mich so verdammt. Jetzt rechts. Heilig. Ja, endlich geht's. Und weg. Puh, das ist aber wieder gross. Push. Schlau mich weg. Mein Bruder. Schiessen mich weg. Die zerlegen alles. Schon sind sie da. Hilfe. Jawohl. Das Problem ist es, dass wir uns die Mäntlisch verraten. Ja, das ist es, das ist es. Das ist ein ganzer Typ. Das ist ein ganzer Typ. Das ist ein ganzer Typ. Fuck, komm ein Nummer 1 ist schon aus So, jetzt könnte ich einen probieren Hier komme ich nicht drüber, also hier komme ich Jetzt probiere ich mal einen mit der Schrote Hier ein Schuss Wo ist er? Irgendwo ist er? Aha, hier bist du, komm Komm zu mir, komm Jawohl Ist das etwas zu sehen? Komm Komm zu mir, komm Was wirklich viel bringt Was wirklich viel bringt Geht es länger zu leben Komm Komm Einer weist Easy Aber Wenn es mehrere sind Und noch andere Gegner Dass sie sie echt hat Jetzt wird es noch einmal abgehen Jetzt wird es noch einmal abgehen Ja, du musst gleich den richtigen Move, da komme ich direkt direkt da Greife, oi oi Hinter mir Oioioioioioi Zwei Mal nach vorne Ja, der habe ich gesucht Zwei Mal nach vorne Ja, der habe ich gesucht Geht wieder nicht Vora Fora 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 Ja Fora Ja, ich klasse Zwei Mal nach vorne Das ist ein Pferd. Was hatte ich aus der Distanz? Das zieht mir zu viel ab, wenn ich einen Fanfight hatte. Kopf weg. Das Herz könnte man wieder brauchen. Da geht es weiter. Cool cool. Karma. Aaaaaaaaaaah Warum endlich zum Boss? Immer noch nicht Immer noch nicht Immer noch nicht Okay Abtauer Schwer einschätzen Bin ich Gar nicht so weit Wie ich meine Da wollen wir nicht wieder runtergehen Sonst Können wir den ganzen Scheiss Normal umkehren Oieieieiei Stinkhirs Stinkhirs Was Jetzt Falsch ausgelesen Kann man die unendlich Die Kollegen Ah, dann explodiert noch alles Mann Das hört nicht mehr auf Ich glaube ich muss Ich muss da greifen Ja Super Wie willst du da Siehst du so schlecht auf dem Schnee Ob du jetzt alle hast Oder Nein Hunde Sag mal Sag mal Die kommen wir nicht hinten an Die kommen wir hinten an Schön Das ist so mysteriös Sie sind so scripted Bis an eine gewisse Stelle kommt Und dann hören sie auf Okay 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 Das kann ich leben Oder nicht Und versteckt mal etwas Da Wenn ich schöner schaue Das kann doch nicht sein Nicht so keizig spielen Dann geht es weiter Dann geht es weiter Dann geht es weiter Jetzt kann ich direkt rauf Hier sicher noch irgendein Glückskeks Mal wieder Dann machen wir noch mal einen Cut Das kann ich nicht Ich bin in den Zwei 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 Vielen Dank.